Der Hafen Mukran übernimmt seit Anfang Januar die Führungsrolle in dem EU-Projekt South Baltic Transport Loops. Ziel ist, dass kleine und mittlere Häfen der südlichen Ostsee bei ihrer Entwicklung unterstützt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Stabilisierung und Verbesserung bestehender Verbindungen. Also mit Verbindungen sind nicht nur die Seeverbindungen gemeint, sondern natürlich auch die Hinterlanderanbindungen. Demzufolge den Hafenstandort besser anzuschließen. Da erhoffen wir uns sehr viel auf dem Thema Schienenwege. Wir werden natürlich nicht neue Straßen bauen mit dem Projekt, völlig klar, aber logistische Prozesse so zu optimieren, dass der Hafen gut angebunden wird und demzufolge gesamte Ketten abgebildet werden können. Das Interreg-Projekt wird zum Großteil aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. Insgesamt stehen rund 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Häfen aus Dänemark, Polen und Schweden sind ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Der Mukran-Port übernimmt die Rolle des sogenannten Lead-Partner. Der Mukran-Port ist Lead-Partner in dem Projekt. Das heißt, er ist für Koordination, Abstimmung innerhalb der Partner, aber auch für die finale Abstimmung und Abrechnung gegenüber dem Joint-Secretary von der EU. Weiterhin erhofft sich der Fährhafen Sassnitz von seiner Beteiligung beim South Baltic Transport Loops auch die Schaffung neuer und die Sicherung vorhandener Arbeitsplätze. Da der Fährverkehr nicht mehr das Hauptgeschäft des Mukran-Port darstellt, soll auf diese Weise die aktuelle Entwicklung hin zu einem modernen Universalhafen fortgeführt werden. Mittlerweile hat sich dieses Bild total gewandelt. Wir sind mittlerweile kein reiner Fährhafen mehr, haben immer noch Fährverkehre, in jedem Fall im Portfolio, aber machen viel Projektgeschäft, machen Offshore, machen Balk-Cargo, also total breit aufgestellt. Und das ist im Prinzip zusammengefasst in dem Wort Universalhafen. Also universell für sämtliche Gutarten, für sämtliche Schiffsarten zu nutzen. Bis März 2021 wird das Projekt von der EU gefördert. Anfang Januar kamen die Partner bereits im schwedischen Karlshamn zusammen. Diese Treffen sollen auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt werden. Sie dienen unter anderem dem Austausch über Zielsetzungen und Ergebnissen und sollen die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander verstärken.